Oh, hallo, ihr seid wieder da zu einer Folge Worms Clan Wars. Hat euch die Folge jetzt so gefallen? So, dann fangen wir mal an. Falls ihr den Titel nicht verstanden habt, Worms Clan Wars. Es gibt Salami. Ich fang an. Ich weiß, dass jemand springt. Seine Tiefkühlpizza. Ja, cheat. Der Host fängt an. Muss. Der nimmt sich unfaire Vorteile. Du wirst keinen weg. Das wäre natürlich nicht okay. Ja, genau. Ja, das ist ja auch weit ziehen. Dennis, was wird das? Weiß ich was. Das ist zu hoch. Das ist ein guter Mann. Ich hab nicht das zu hoch. Ah, Moment. Ah. Oh, ich sehe was Besseres. Ich sehe was Besseres. Den kriegst du aber nicht gekillt. Ja, aber der kriegt Schaden. Ja, gut. Das kriegt er. Ich hätte probiert, Domme zu killen. Vielleicht macht er es nicht, weil er auch noch sein tut. Nein, nein. Seiner bleibt unten auf jeden Fall hängen. Das siehst du doch. Er würde meiner aber aufhängen bleiben. Nein, nein. Nein, kann man probieren mit dem Wasserfall raus. 80, oh, der war nicht schlecht. Nein. Dafür kann man mal ein Like da lassen. Ein Kill wäre besser gewesen. Ein Kill wäre besser gewesen. Recht dich, Domme. Dominik, du kannst jetzt einen Kill machen. Der ist ziemlich low. Du kannst doch einfach den linksaußen vergiften. Ja, aber dann doch lieber einen Kill. Okay, dann kannst du einen Kill machen. Ja, den kann er sowieso nicht vergiften. Dominik, mit der Nähe ist stylisch. Rechtsklick. Äh, Dominik, das klappt nicht. Ich würde den Kill nehmen. Ja, das klappt wohl. Das klappt. Das klappt nicht. Wenn du das sagst. Du wirst ihn halt niemals killen damit. Klappt! Ja, Dominik hat seinen Wurm hochgeholt. Ich fand, das war ein guter Zug. Wenn Dominik sonst nichts hochholt. Kann der mal dran sein, Alter. Ja, ich will die Kisten. Ey, Jonas. Was geht's, mein Freund? Geld. Wo? Geld, 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 Geld. Wir sind doch cool, oder? Mach den Duli fertig, Joni. Nein, roll zurück. Aua. Schnell wieder weg. War doch okay. Dafür, dass es ein kleinerer war. Ja. An der Schieger oben. Ha, wer ist denn dran? Ja, das Feuer bleibt aber eine Runde. Ja, aber Dominik seiner. Na, mein Freund. Hättest du... Da sollte Wasser jetzt... Ah, ah, ah. Unten ist ein Abhang. Hm. Feuer raus, vielleicht. Ich weiß, das ist halt ein kleiner. Dominik, du hast... Dominik hat, glaube ich, auch ein kleiner. Das bedeutet, eine Miene bringt nichts. Würde der mit der Schrott so weit genug fliegen. Dominik sieht aus, als ob der nur ein Auge hätte bei seinem Lümmern und der Hut das verdeckt. Komm, nimm mal den Safe weg. Safe weg ist gut. Aber das ist kein kleiner, der löst Minen aus. Hätte der die Mine nicht ausgelöst, wäre er einfach da oben geblieben mit einem Damage. Ja, 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 gut. Dass er jetzt kein kleiner war, habe ich auch jetzt mitgekriegt. Ist aber nicht sehr nett. Ich meine nur, dann hätte dein Plan nicht funktionieren. Ah, der ist ja dran. Dominik, du hast jetzt mit dem Kill. Dominik, du kannst einfach ein Jetpack nebenhoch fliegen und Dennis killen. Für die Frechheit. Oder du killst den 20er. Du könntest ihm sogar ein Geschütz vor die Fresse setzen. Einfach mal oben hinsetzen, weil Dennis hätte gern die Insel. Moment mal, du bist da rechts ganz allein. Da hast du und dann Pfeiltasten. Geh doch ganz rechts hin. Du kannst einfach da ein Geschütz hinsetzen. Nochmal Leertaste, wenn du die loslassen willst. Achso, noch Leertaste. Du hättest auch die ganze Zeit durchfliegen können, bis kein Sprit mehr da ist. Du hättest auch gerade nach oben fliegen können und guck, was passiert, wenn du landest. Das wäre ja auch lustig. Das wäre lustig. Ich sage ja nicht, dass es blöd wäre. Ich sage nur, dass es lustig wäre. Nee. Ah, dicke Qualle. Hast du noch die dicke Qualle genannt? Wie bin der sie lange mit euch allen um? Ich frage mich halt, warum er sich nicht den Safe-Kill holt. Wofür ein Safe-Kill, wenn ich drei Safe-Kills haben kann? Wait a minute. Hm, was hast du vor? Ich freue mich auch gerade. Was geht? 13 Sekunden dafür. Das klappt jetzt nicht so, wie ich dachte. Oder das? Das klappt überhaupt nicht so, wie ich dachte. Ja. Neh mich. Das ist jetzt ein Loch. Da kann man Dennis reinschubsen. Clever. Ja, sehr clever. Wenn du meinen Kills, sollte Dominik sein 50er auch sterben. Ich bin ja nicht dafür. Sahnige Nate und das war. Oder so. Kannst auch springen und schießen. Vielleicht. Oh. Die Tricks, Alter. Ich muss auch eine Mine einfach hinlegen. Der Schütz könnte runterrollen. Der Schütz macht keinen Sinn. Ich finde das ja nicht sehr nett. Bleib stehen! Verdammter Mist! Aber ich glaube, der Faktor lebt noch. Der ist doch überlegend. Yes, go. Jetzt ist der auch noch dran. Ich springe über Dennis und dann Wasser. Gib ihm. Ehe. 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 Du kannst noch gegenlaufen. Du wirf einfach eine Wasserbombe auf, wenn es. Du kannst ja dann noch weglaufen fünf Sekunden. Du kannst auch den Wasserstrahl benutzen, aber ich glaube, das ist eine Verschwendung. Noch letzte Worte? Ja, nicht werfen. Ehe. Ich weiß, es ist mega ärgerlich, dass er zum Dicker jetzt draufgegangen ist. Das ist ein bisschen ersüffelt, Alter. Ah, Münzchen. Ja, Armageddon, gib ich mir, gib ich mir. Nein, bitte kein Armageddon. Ach, muss er direkt einsetzen. Muss ich nicht. Ja, aber das machen wir so. Doch, das ist die höchste Pflicht. Boah, hab ich da was unterschrieben? Das wäre mir neu. In meinem Vertrag für den Kanal hier ist das so, aber nicht eingegeben. Das stand im Kleingedruckten. Mein Freund auf dem Deckel ist zurückgestiegen. Da war einfach kein Platz mehr. Zählt als Vertrag. Ich kann einen Vertrag auf dem Bierdeckel schreiben. Ja, das habe ich dann auch im Nachhinein herausgefunden. Oh. Weg ist es. Ja. Komm schon, Geschützreer. Wow. Domme, ProGamer-Move nimmt sowas. Ja, ich glaube, ich habe das ganz schön gut gemacht, Alter. Ich kann sie mit einer Feuerfaust weg. Nee, ich mache, glaube ich, nur 30. Der Base verschlebt. Ja, aber der fällt ja runter. Der ist tot. Oh Gott. Noch schlimmer, der hat nur noch vier. Was? Es ist ein kleiner, den würde ich nicht suicide teleporten. Du kannst probieren, Dennis, den Arsch wegzuschießen. Wollen wir mal aufhören, uns immer gegenseitig wegzumachen? Das ist der Sinn vom Spiel, Dennis. Ja, aber wie heißt, wenn wir mal auf Jonas gehen? Fick dich. Ich habe genauso viele Würmer wie du. Hä? Ich klappe nicht. Wir haben alle gleich viele Würmer. Nee, Dominik hat die meisten. Sogar das noch alle. Stimmt, das noch alle. Sind doch alle fast tot. Was machst du? Ich würde dir helfen, aber ich weiß nicht, was ich probiere. Oh shit. Gleich beginnt das Abagette. Ich bin gerade aus dem Grund ausgetabt. Nein, ich kann gerade nichts machen, wie ich das da zu erspielen. Ach, deswegen. Mein Bildschirm hat nämlich gerade kurz geruckelt. Ja, keine Ahnung, was gerade los ist. Kommst du wieder rein? Das ist ja nichts Problem. Ich komme rein, aber ich kann nichts machen. Ach so. Gut, hoffentlich in der nächsten Runde dann. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt gerade irgendwie Antichromatik. Okay, jetzt lädt es halt. Kann sein, dass jetzt, äh, geschrottet ist. Ah, doch nicht. Hm. Die Fünf ist dran. Was geht? Nicht zu viel. Komm, hüpf mal. Hehe, muss doch nicht sein. Ich habe dir rausgeholfen. Danke schön. Ich habe mich nicht getraut, die Münzen zu nehmen. Ich habe überlegt, ob ein Jetpack rüberfliegen und probierte noch ein Geschütze zu legen. Ja, ja, alle gegen nicht. Ich habe mir aus der Luft geschossen worden von der Anti-Pflug-Einheit da. Hm. Kann sich ja teleporten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du hast keine Wasserpistole mehr, um das Ding wegzuschieben, oder? Nee. Du kannst versuchen, mit der Bazooka hochzuschießen bei dem Wind, wenn dich da der eine Nöppes nicht macht. Solange du nur schießt, flottet dich das Ding ja nicht. Na, Auria, stell dich neben die Kiste. Voll die gute Idee. Vielleicht ist da ja was Gutes drin. Nein, das ist auch okay, Dun. Wir werden es nie erfahren. Obst du das Armageddon einfach sofort gezündet wurden? Ja, aber nicht, wenn man sich teleportiert. Da kann ich ja nichts machen. Ja, aber die nächste Runde dann. Ja. Nie erfahren wir ja bei einem Armageddon lame. Nein, es kann doch nicht wieder was machen. Du könntest die Elf killen. Ja, das wäre ein Self-Kill. Das wäre ein Self-Kill. Hat er schon recht. Aua. Oh, du bist weitergeflogen, als ich dachte. Oh, ist das eine gute Idee. Nein, nicht wirklich. Du willst jetzt hohe Stellen haben, in den letzten zwei Minuten. Ich schreiß das schon noch. Wenn du das sagst, Sir. Oh, ich glaube, ich weiß, worauf es richtig Bock hat, nachdem man sich schon telefoniert hat. Bitte schön, Dennis. Dankeschön. Der wird sich der Eugen aber freuen. Der Eugene, das heißt Eugene. Der heißt Eugene. Nein, Eugene. Da steht auch drauf, eindeutig. Ah ja, gut, dann Eugen, Entschuldigung. Allah. Sonst die Elf killen. Nein, ich würde es nicht machen. Da ist Bananafeller. Mit einem guten Bazooka-Schuss killt ihr beide. Ah, da ist wohl das zweite Armageddon. Da ist wieder klein, ab geht's. Im Vierer kannst du sogar noch locker killen. Wenn du noch eine Wasserpistole hast, kannst du sogar beide killen. Warum hast du die nicht furzen lassen bei meinem? Ah, ich wusste nicht, dass man die mit Rechtsklick, äh, mit Leertaste furzen lässt. Wusste ich jetzt. Wo, weiß ich auch nicht. Ich wusste nur, dass es geht. Ja, ich wusste nicht, wie es geht. Interessant. Wusste ich auch nicht. Aber der ist jetzt weg. Ich wusste, dass es geht, aber nicht wie. Deshalb. Aber ist halt die Frage, ob es jetzt, ob es jetzt, ob es jetzt ist. Ich wusste, ob es jetzt was großartigen Unterschubst. Was will der von mir? Wollte jetzt eigentlich weg sein. Ich will eigentlich runterkommen. Wer ist überhaupt dran? Ah, doch, ich kann kurz. Wie er sich verpisst hat. Höh? Höh? Ja, das ist immer ein geiler Kill. Erstmal richtig. Er war schon stark. Oh, Arnold wollte irgendwas von mir, aber ich habe ihn nur. Da habe ich gehört. Er hat das nichts zu melden. Oh, je. Hallo. Ich glaube, ich will zu Dennis. See ya. Nicht so ganz. Nur so ein bisschen. Dennis, ich helfe dir. Du willst doch wieder rüber auf Insel. Ich habe eine Idee. Die könnte funktionieren. Hm. Ich finde die Idee ganz schön so schlecht. Ja. Ich habe es probiert, dich auf die Insel zu bringen. Ich habe dich unterstützt nach Bestkräften. Hä? Das ist nicht gut. Es hat ein Dev-Sor würdig. Die Insel versinkt jetzt. Hast du nicht noch einen Teleport? Ja. Ja. Den deutelst du vielleicht. Ja. Dankeschön. Hm. Naja, gut. Das ist wirklich großartig. Ich mache ganz ehrlich. Da brenn dich mal weg, Alter. Wow. Das Ding kriegt auch Schaden. Das kann in die Luft fliegen. Das ist dir bewusst. Ja, ich weiß. Aber ich habe gerade... Ich brenne mich auch durch den Knochen durch. Hat aber nicht funktioniert. Nein, das Ding kriegt Schaden und fliegt in die Luft. Der Knochen. Ich sage, ich brenne mich da einfach durch. Deshalb. Ich kann den Stahlträger auch zerstören. Kriege ich aber auch Schaden. Mit der Flammenfaust kannst du den wegmachen. Auf den Verstärkten? Ja. Was? Ich würde mich ganz oben auf die Waffen... In die Waffenkiste rein, sodass du sie bekommst. Das ist bestimmt ein Armageddon. Ah, zwei Armageddon. Damals Dominik ist er dazugekriegt. Drei Armageddon. Ja, die anderen zwei sind jetzt weg. Schade. Ja, Dominik, was geht? Geht. No, Dicke gegen Dicke. Dicke gegen Dicke. Ey, nicht eine Miene. Und hoffen wir, dass der auf die anderen beiden Minen purzelt. Dicke gegen Dicke. Oder Dynamit. Ob der Fette soweit springt, ist die Frage. Ja, doch. Doch, doch. Ich glaube. Okay, die Mine ist halt auch... Ja, reicht nicht zum Auslösen. Die ist im Wasser. Ja, aber... Wie man ja dabei staunt, was gerade passiert ist. Dennis, da oben ist lebt. Die Johnny, warum haben deine Möbel in der Hand? Warum nicht? Das sind Klempner-Professionelle. Ja, richtige Chats hätten einen Hamburger alle, so wie ich. Was für Chats? Die heißen gar nicht Chats. Einer von denen heißt so. Jetzt aber Armageddon, Dennis. Nein, ich weiß ja, was drin ist. Ich weiß ja, was drin ist. Ja, da hinten ist aber das Armageddon. Nein, ich hab's doch auch schon gesehen. Da ist das Armageddon und ich weiß es. Das ist überall drin. Oh, Dennis mit der Boden. Ja, ist mir doch egal. Nicht mal auf die Mine, aber der eine Fallschaden war mies. Das soll ich machen, du hast noch drei, wenn Dominik nicht auf dich geht. Voll doch rum. Ja, mach ich auch. Dominik wird jetzt auf mich müssen. Der schmeißt mir jetzt auch der Holy rein. Nein, da haut ich einfach mit dem Baseballschläger da weg. In sein Geschütz rein. Aber den Baseballschläger... Ich glaub tatsächlich, dass mich die Kiste bremst. Dominik, hüpfen. Geht schneller. Den dicken... Oh, das geht, oder? Yeah. Hatst du noch den Baseballschläger? Hallo, Sir. Wer nimmt den Baseballschläger und bolzt ihn einfach weg, dann erwischt dir noch dein Geschütz. Ganz hoch, ganz hoch. Ganz hoch. Ja. Die 90 Grad in die Luft. Wollt ihn in die Fresse. 95! Das wird ein zuziehen vom Kameleport. Den haue ich irgendeinem von euch rein. Da, aber jetzt... Jetzt hole ich es ja mal gerne drauf. Na gut, er muss ja benutzt werden. Bitte, mit suicide. Warum? Wahrscheinlich hat er... Kein Suizid vom... Wahrscheinlich hat er sich minimal von der Bombe gelöst. Keine Ahnung. Dennis, was geht? Ja. Ja. Umsitzen. Aufschlitzen. Die Holy Rache. 88. Ja. Ja. Mit... Oh, doch bisschen mehr. Ja. Und du sagst, ich hab ein... That's amazing. Bye-bye. Dommel jetzt mit der Banane und... Ich bin ja erst mal dran. Und ich dann selbst noch auf BG. Haben wir ein Unentschieden. Ja, aber du hockst da in der Ecke. Ja. Du kannst auch die Banane werfen und hoffen, dass du alle erwischt, aber ich glaube nicht. Hm. Ich will es versuchen. Nicht. Warum nicht? Willst du da nicht reingehen, dass ich sie noch 8 Teilträger vorsetzen kann? Ich baue dich wieder zu. Du hast jetzt nichts mehr, um dich rauszubauen. Komm, Dommelik, die Banane. Aber erst mal das Leben. Ja. Und das ist nur nicht springen. Ja, Banane ist es. Mit Tab kannst du die Sekunden einstellen. Wenn ich ehrlich bin, ich würde nicht nur auf mich werfen. Weil Jonas hat doch... Soll ich das denn auf jemand anderes werfen? Jonas hat doch 2. Ja, so dass du uns beide... Der eine hat 99, der andere hat 6. Bisschen höher. Kannst du einfach nach vorne springen, Domme. Und nicht volle Power. Nicht volle Power, gell? Wow. Das war doch zu schwach. Ja, ich bin tot. Du bist doch offiziell letzter. Ja, Dommel hat doch einfach besser gestalt. Ja, Jonas hat wohl gewonnen. Denkst du? Ja, du hast doch deinen Surside. Ich könnte mich auch selber zu sein. Oder du schnappst dir eine Bombe da und hoffst, dass es ein Armageddon ist. So ein Finale, weißt du? Genau, das habe ich nicht vor. Boah, reicht das? Der ist gemoonwalkt, habt ihr es gesehen? Das war geil. Das war geil. Dominik, wenn du jetzt die Holy richtig triffst... Oh ja, meine Redemption Arc. Meine Redemption Arc, es kommt sie. Nachdem du die Holy geworfen hast, geh weg da von der Kante. Was soll da passieren? Was soll da passieren? Ich sag's nur. Ich sag's ihm nur. Ja! 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 Dorma hat am besten... Dorma hat am besten gelibbert. Dorma hat am besten gelibbert. Ja, so zieht der langweilig gewesen. Ich wollte in der Mitte landen und dann übernommen. Dennis, lutsch meinen Wurmschwanz. Bitch. Kann der gar nicht von da unten. Oh, Dominik, der war richtig gut. Der Wurf ohne Scheiß. Als die kleinste Violine der Welt. Ich bin die kleinste Violine der Welt. Das war die zweite Folge Wurmsclan Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao. Nein, wir hoffen, euch hat es gefallen. Nicht ich hoffe, wir hoffen. Haut rein. Ciao.